Nach Bronze-Medaille, italienische Olympionikin verlobt sich Alessia Morelli, 27, hat gleich zwei gute Gründe zum Feiern Nachdem die rhythmische Sportgymnastin gemeinsam mit ihrem Team den Gruppenwettkampf mit einer Bronze-Medaille gewonnen hatte, kniete sich ihr Partner Massimo Bertelloni kurzerhand vor sie und stellte ihr die Frage aller Fragen Unter Tränen bejahte sie die Frage und fiel ihrem Verlobten überglücklich in die Arme Ich habe ja gesagt Viel schöner, als ich es mir als Kind erträumt habe, schrieb Alessia zu einer Bilderreihe auf Instagram Ihr Glück konnte Alessia offenbar kaum fassen Vor unzähligen Menschen vor dem Fernseher und etlichen Menschen im Stadion verlobte sich die Sportlerin Es ist ein sehr seltsamer Tag Ich glaube, es ist vielleicht einer der schönsten Tage in meinem Leben Dieser Ring und diese Medaille riechen nach Zukunft und ich bin sehr glücklich, dies mit meinen besten Freunden, Teamkollegen und meinem zukünftigen Ehemann zu erleben, berichtete sie gegenüber Olympics.com Alessia ist allerdings nicht die Einzige, die sich in den vergangenen Tagen über einen Antrag freuen dürfte Auch die Badminton-Spielerin Wangya Kyung hat ja gesagt Und das, nachdem die Sportlerin die Goldmedaille nach Hause geholt hatte Ich war von dem Verlobungsring überrascht Ich habe mich auf das Training konzentriert, um eine Olympiasiegerin zu werden Das habe ich nicht erwartet, zeigte sie sich im offiziellen Olympia-Interview ganz emotional Ich habe sich in die Hoffnung, die in den Augen zu retten, in den Augen zu like, wie sie eine recherche die Bedeutung das Fremde ausgestattet hat Was hat sich in die Hoffnung? Also ich habe mich in die Hoffnung, dass es um ein Fall ist, dass es um ein Fall ist hier